Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Riot Games League of Legends diesmal mal ein bisschen herausfordernd da und zwar in einem Rank Day Egal bei uns im Team eine Reue Checker alias I had Sardam I had Sardam Graves alias The Nightmare 77 ich hoffe ich Pixel nicht genauso wie du Nö es geht Dr. Mundus al... äh Dr. Mundus hm ganz viele davon ganz viele davon Lux als Robot Starfish und Me womb bin so nah bei derningen ver Shout out Kiera Marke Lamar spielen es sind Prozent des Synthes hat man gerade eben schon im Team bevor eine gekleid hat dann ist er ins Gegenteil gewechselt dieser kleine Verräter und ich bin Träger Mensch Manu die Börsen und das wird ein spannendes Match auf jeden Fall schon mal auf der Botlane mit Nuno und Kogmao vier Standard die männlichste und gleichzeitig weiblichste Lane überhaupt im Spiel naja ja und die haben halt genau die haben halt zwei Viecher wir sind halt Jurassic Park wo wir über most sportsmanlike player in this game die kommt aber nicht aus dem Jura-Zeitalter nicht mehr egal die Bündel Bündel ja genau ich denke mal Steckofen beim erwerben wurden das ist er nicht wir wollen Brommer umrennen der Bauherr Held Brüder so wohl sah Ok er hat Koma der Städte hat bitte die Nungen die Artikel nicht ja nicht vom Schicko schon bei mir unten durch du Mühlen der ist schon mal kacke definitiv warum nun Mundo Gowell dieses ja wie ich sie options kringen Nils Komport Oberleih und Champion Info ich weiß immer noch nicht wenn man die Kamera so schön weich bewegen kann über das Bild irgendwie geht das und einmal habe ich es auch geschafft aber ich weiß nicht mehr wie egal von mein Mind to yours Oh mein Mind das Ziel ach der macht beides rechtzeitig ok da scheint ein bisschen übungen im jungle zu haben seine ganzen püppchen machen halt alles so hier brauche ich nicht mehr so viel hilfe ich habe trotzdem mal steckende drauf kommen einfach nur um ein Netz zu sein meine Jüde Jüde Jürgen ja zwei Minuten in dem Schenkort sein Blut geklärt ja davon träumt man mit anderen Jammern nur so der Hacker-Rim der wird das nicht hinbekommen ja das ist es müsste ein Gedecker gewesen sein ja der Fall ist immer sicher ob die oder eher im Bauherr der ersten Maltauer Lauer Laufhausgegas wirklich dich schön kaputt machen kann wir sind gleichzeitig aus dem Grasaufgraf Mimimi 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 Frau wir haben so weit in Karmann letztendlich Franz Bauer erhältlich erlauben jetzt wie Frank r der weiße Erwerbe vor Kieb ja nun kann man mit anderen Marconi ich noch hatte anfangs Leben das stimmt es macht den aber da und die Meldung Nein, mach Schaden. Das mach ich. Guck mal, was der Kogi geschluckt hat. Ich hab's schon gesehen, ja. Ich war mit der Kamera voll drauf. Du klaust mir voll, mein Creepsko. Ja, aber ich hab gedacht, nur noch wäre eigentlich... Ja, 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 gedacht. Denk nicht so viel, das kann wehtun. Das braucht aber Kalorien. Mensch. Du musst doch abnehmen. Ich bin voll unzufrieden mit meinem Boots und so. Hallo, Kamler. Ich mach aber auch, wenn du hier zu nah kommst. Hm, wenn du meinst. Ja, wir sehen ihn, Schäco. Ja, Schäco möchte, dass wir drauf gehen. Oh, jetzt werd ich ins Facebook angeschrieben. Warum hab ich's offengelassen überhaupt? So, nimm den Schaden. Ich hab noch... Oh, der Amil. Nein! Meine Kühe hat ihn auch noch nicht. Dreckiger Mist. Krücke. Ich hab das gewusst. Einfach mal, Krücke. Du gehst nicht weg. Jetzt komm, Schäco. Ja, sehr gut. Teamplay. Aua. Aua, 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 Aua. Was mach ich da? Keine Ahnung, du brauchst Scheiße. Wenn man mit der Kamera zu weit beim Schäco ist und nicht mal bei seinem eigenen Geschehen. Was ist jetzt sowas? Schäco riecht immer noch Blut, oha. Er riecht nicht nur Blut, er kriegt Blut. Oh ja, da ist Hacker wieder. Ja, du bist tot. Echt? Nö. Ah ne, ja, Fuchs, Schäco. Du kriegst nichts, weil er zu dämlich ist. Ich wollte baiten. Ich wollte baiten. Diese Schäco-Boxes. Und dieses Pony. Okay, 40 Gold. Warte ich mal ganz kurz ab, dann habe ich Sidestone, ja? Jo. Du solltest das da eigentlich easy aushalten. Ah, gucke ich mal in der Mitte. Noch ein Schäco. Kill. Nein. Aber du müsstest jetzt eigentlich noch in Eggform reinkommen. Und top. Ja, geht halt nicht viel ab, das ist aber immer so auf der Top. Ja, Mann, warte first, das reicht. Naja, das reicht definitiv, das stimmt. Und so, Sidestone, jetzt. Norm, norm, norm. Guck mal, ich weiß, dass du mal gestellst, ist er gleich tot. Ja, du hast jetzt einen Double-Waff, ne? Jo. Von, ähm, Dingens. Vom Pferd. Pony. Vom Pony. Da hast du doch kein Pony auf hier. Doch, ist es. In der, ich erinnere mich aber in der Karimps, die haben uns ganz schön zerfickt. Jo. Die wurden auch gefeatet am Anfang und haben nicht so scheiße gespielt. Sind nicht in Shaco-Boxes reingerannt. Ja, komm, okay. Man hätte wirklich damit rechnen können, das Shaco noch da war. Ja, da soll das auch sein, was wir gelassen haben. Damit sollte man immer rechnen, dass überall eine Box steht. Auch wenn man genau weiß, wo die drei Boxen stehen. Man muss immer damit rechnen, dass woanders noch mehr stehen. Mhm. Oder vier, oder wie auch immer. Es ist einfach so. Mit No Egg. So. Come on, No Health. No, no. Ja, du machst es ja, ne? Ja, ja, ja. Ich bin nur fast wiederum. Geh ganz weit außen rum, Kollege. Jetzt habe ich schon einen slower, schlaueren Stärkenheiz vorbereitet. Ich hoffe, dass ich noch nah genug an den rankomme. Hm, 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 nicht so viel los hier. Nö, Gott nicht. Aber egal, ist es rankt, damit muss man... Ja, muss man ja auch ein bisschen konzentrieren hier, ne? Genau. Nö. Nö, schön, Özi. Nö. Ich habe aber... Okay, elf... Elf CS-Mails. Komm, oh, so, okay. Ja, kannst dich wieder ein bisschen auf den Farm konzentrieren. Ich hätte hier hinten ein bisschen Pauken. Ja, ich will Ulti, dann will die auf den Kopf. Ich will Ulti. Boah. Koki ist Level 4. Ja. Okay. Und ich kriege gerade geschrieben, dass einer aus meiner Liste heute Geburtstag hat und ich... Free-RP bekomme. Yay! Ähm... Der war mein... Glaube ich ja noch nicht so ganz, aber hey. Nice! Nice! Ich habe noch Dingens Exhaust, ne? Wer hat sich da so angeboten, da muss ich... Ja, ja, zuschlagen. Sogar ohne die Hilfe von Supportern? Nö. Ich bin mal einständiger... Ja, ich bin immer der hier engaged. So in etwa. In Rage. Siehst du, wie ich mich engagiert habe? Das ist so, wie du dich machst. Das ist sehr gut. Mittlerweile kenne ich ja die Tricks, die man als Support auf der Botlane haben muss. Tower-Dive gehört dazu, den Kleinsten. Alltägliches. Ein bisschen, ganz ein bisschen Tower-Free-Pauken. Nö. Mögliches Angebot bleiben, ne? Ähm... Boots. Oder... Ähm... Philosoph. Äh, Philosoph. Das kommt. Dann kann man nämlich sich noch ein Wort holen und noch ein Manapod. Und gleich noch Manapod. Oder Heapod? Manapod. Die auf der Botlane hast du uns momentan noch so viel Zeit. Da kann ich mich ja dann immer wieder hoch rein. Außerdem habe ich das Gefühl, wenn ein Gang drankommt, wenn wir wirklich gefuckt sind, bringt mir ein Heapod auch nicht so viel. Weil ich bin ja fucking squishy. Wo ist mein... Da ist mein Blattförster. Wenn ich dann jetzt noch kaufen könnte... Dann würde das hier auch alles ein bisschen besser funktionieren. Das dauert ja gar nicht lange oder so. Neu. Okay. Okay. So, dann jetzt einmal kurz ein Pushen. Wo bist du, mein freier Farm? Free Farm. Free Farm. Okay, der war schon tot. Der war schon tot. Das war ich nicht. Das war schon so. That Minions Schaden. Ach, jetzt hat der Kleiner. Ja, jetzt ist er auch mal Level 6. Ich war voll im Level 6. Ich glaube sogar... Ah, das war schon so. Ich glaube, der Nunu war vorher. Oh, da ist noch niemand. Was zur Hölle? War doch viel länger auf der Raine. Na, danke schon. Weißt du, Kogi? Deine Ulti, ne? Interessant. Die macht so viel Schaden. Ja, Nunu, Nugens Gras. Dann möchte ich ihn freeparken darf. Passt du gut. Ich hätte ja schon fast absichtlich mitnehmen seine Ultis. Um zu zeigen, dass mir das so egal ist. Mit 77 Amor und 61 Magic Grass. Oh, Shaco Gang. I smell a dead Kogmo. I smell an Ulti and everything is done. Dann. Den hat er sich noch weggeklaut. Okay, I smell a dead Kogmo. Wow. Den hat er sich noch da weggeklaut mit einer Basic Attack. Ja, nicht nur das. Der hat auch voll spät reagiert. Zack, Ratte. Der hat auch voll spät reagiert. So, als würde er da einfach nur zur Dekoration stehen, hat er reagiert. Ich kann gerade, ich kann nichts machen. Loll, was war das? Ich komme, ich kann nicht bewegen. Ich habe wieder Exhaust Valley. Ich muss sagen, ich lane Präsenz zeige. Kriegen wir da eh nichts? And again. The same. Geplappt. Ich lache zu laut. Nee, ist schon okay. Nee, lass den Tauern noch stehen. Lass den Tauern noch schwenken. Das sah geil aus, wie er noch probiert hat, die Ulti loszuwerden. Oh, guck mal, wer wieder da ist. Guck mal, vielleicht kann ich hier... Oh, nein, nein, nein. Bisschen baiten. Ja, guck mal, das hat man davon, wenn man so einen scheißen Namen sich aussucht. Den unser Eddie Kevin nicht vorlesen kann. Bestraft. Knallhart. Ich gehe mal wieder für Sherelias am Anfang, ne? Einfach nur, dass wir Botlandern, wenn der Tauert bis dahin noch steht, ordentlich raschen können. Hallo, Boots. Boots, let me buy you. Erst du hast sie doch schon. Ja, jetzt. Aber vorher wollten sie mich. Hier mal kurz die Stats von den ganzen Teams von uns und von den Gegnern. Da steht 11.1. Den größten Creepstart, äh, Creepscore hat bei uns momentan Grace mit 78. Lux direkt dahinter mit 72 im Gegnerteam. Die Anivia mit 74. Ja klar, die kann auch ganz easy farm. Guck mal, wurde schön entfarmt. Der momentan Creepscore von 46. Er kauft sich auch 2.000 Blades, also hat er bislang. Und da wurde ich in Skype angeschrieben. Und, äh, Bootstarte auch noch. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis das ein, äh, BF kriegt, wenn er drauf geht. Volliubai. Gott haben die Schiss. Ja, ne? Die auch an deren Stelle. Okay, ich gehe mal schnell in den Neu-Wars-Klitz hin. Ja, mach mal. Uh, Ulti. Ui. Meuerwerk. FIFA, Fiesta. Viva España. Wie ich null Schaden von dem Nunu-Teilnehmer, alter. Ich mach die jetzt alleine. Naja, ich hätte mich dann noch fast reingeflasht, um eine Multi zu machen. Oh, hi. The bird, the bird, the bird is the bird. It's the bird, the bird, the bird. The bird is the bird. Komm, die Anivia hat ich mir auch noch. Oh. Ha, wie ich einen Dörter. Ah, es hat nur ein Wisch, weil ich stehen geblieben bin. Oh Gott. Ah, muh. Ah, muh. Na, Christe. Also, Checo. Echo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nice, Teamplay. Da hätte ich eigentlich mehr mit der Kamera auf dem Team verteidigen sollen, anstatt zu schreiben. Aber, okay. Macht der nix. Ne, war mein. Scherelliast, das wird noch 350, ne, 250 Gold. Da auch, das warte ich nicht ab. Ähm, ja. Äh, ja. Die Bottlene werde ich übrigens immer noch nicht kaputt sehen. Ich werde immer noch da bleiben. Wie, wie, was für ein Farm hast du? 603. Ja. Geht, ne? Ja, es ist jetzt nicht gut, aber ja. Oh, Dr. Munhol, dann soll auch mit dem Farm auf. Hat es genauso viel wie Lux? Und die beiden werden nur... Ja, wird gerade getötet. Ja. Aber mit dem Creepstone-Hooter... Das ist ja noch... Bobbomb. Yes. Ja, und die im Gegnerteam haben quasi nix. Da hat er, die sind zwei Kills und der Cockmo ein. Weil er mich jetzt gerade gekriegt hat, weil ich den geblieben bin, warum auch immer. Oh Gott, ist der, der mich jetzt auch noch auf Pickaxe gegangen. Ist ja... Tatsache. Warum nicht auf BFs Sword einfach? Von Anfang an keine zwei Doransplates, sondern auf BFs Sword. Meinetwegen ein Doransplate, aber nicht zwei. Warte, ich muss mal kurz schreiben. Rechne damit, dass ich wahrscheinlich gleich weggehe. Einfach nur, um Shreddy zu kaufen. Und dann können wir ja... Ja, mal auch unter dem Tower was machen. Ja, denk... Denk doch, dass ich ins Gras zurückrenne. Denk dran. Und träume. Ja, ich... Dauerdeife lieber, als dass ich... Du pöpst ja keine Leute. Das ist mein Bobb. Ah! Musst du Trypical machen. Ja, ich bin tot. Egal. Trypical, legit enough. Ja. Vordra? Nein. Diese Luxulties. Nein. Nein. Und der Tower steht immer noch. Nein, du hast leider gefahren. Ach so, er will kein Weg. Ich bin einer Legendary und so. Ja. Ja. In der Tat, Great Team. Das stimmt. Ich glaube, obwohl Mundo sieht nicht dann aus. Nö, da geht Sunfire und dann Warmox. Also. Das One Hits Tower. One Hits Wonder Tower hinter mir. Ja, da war der One Hits Wonder. Das One Hits Wonder. Und, oh, da musste ich benutzen, um zu escapen. Der Heik heißt nicht gut. Mundo, Toplane. Ja, wenn er die Kleber füßt. Ach, wir könnten wieder auf unsere zweite Tower-Stadt... Oh, Mundo, das not give the Amages Tower. Da heißt an Therese in their base. Oh, he misses another Cleaver, and now the Pony Games, and Mundo failed. Ja, egal, alle drei jetzt pushenbar. Ja, gute Idee. Der Schäkow hier würde ich sagen, wenn man Draco war. Der ist ja wieder irgendwo in die Wand. Ja, der macht das gerade ja nie mehr. Oh. Und hätte doch so ein bisschen mehr. Oh mein Gott, die Anivia. Das lag. Hm, das hat Pony. Das Lachs. Das hatten wir jetzt erst schreiben. Einmal. Dementsichter. Das war auch. Der ist ja, 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 der ist ja. Es ist ja, der 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 ist ja. Trainingphase ist ja schon so als von zu Ende, ne? Das hat mich nicht mehr erwischt. Doch, wo man muss. Ich habe wiederholt die ab und ich habe, aber da ist ja nie mehr. du siehst nichts ich habe aber ich habe schon okay mit dem rennen wir lieber mit hälkern rennen wir lieber okay die hauen wieder ab gut dann können wir weiter pushen lalalala das war das jetzt warum kam da kein schaden von weiß auch nicht dk wie dafür liebe ich werde erst auf der lane jetzt warum kann er kein schaden von der nun holt sie vielleicht hatte die zu spät abgebrochen oder ich weiß es doch nicht das war ein furcht kommentar machen wir jetzt kommt man sich lässt ich meine da können natürlich noch mehr leute hier botlen kommen und verrecken kommt man keine andere wahl an uns zu lassen ja ja der kleine kommen wir gucken aber weil wir eigentlich noch weiter pushen könnten auch wenn ich mal kurz weg mit dem mutter unser Team Rock der E-Karte eben 236 ich glaubt sie sind dann jetzt gleich da wie auch da habe ich meine 150 Form haben das soll ein wenig gewesen was bringt dich das Sven Kassenel hätte dass das war ein gewöhnlich für die Edo So, Tower kaputt Gib ihnen jetzt vielleicht den Anreiz zu surrendern Lux benutzt die Ulti jetzt schon zum Farmen Kogi? Sorry das zu sagen, aber du bist jetzt schon tot Unless something spectacular happens Like He just keeps running Komm gleich mit Jurelias Ich frag mich gerade, wo der hin möchte Wenn er einen Tower rennt, dann ist er sowieso tot Und du bist ein Kill Nee 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 Ein Kill, f*** dich Da flash ich sogar für Ah, schön Was stimmt an den G.Hetwest Last Game 2 happens Ranked my team ist nur Oh mein Gott Ich denke keine Boots Ach was Bots Ne Boots Boots Ach, war egal Weil mehr Schaden ist mehr Schaden ist mehr Schaden Okay, gut, gut Es sei denn, ich stelle erst zu Escape Nein Das ist doch nicht Egal, so dumm sind sie dann doch nicht Gegen drei so eine Sona alleine ist dann so ein bisschen Doch eng Ja, da rennt der Hacker noch in die Ulti rein Der Nibia Wall versperrt auch noch den besten Escape Komm, komm Dieser Scheco geht da einfach mit seinem Ding über die Wall Und der ist auch noch da und kriegt er den Sinn Nein, der ist ein bisschen zu schnell unterwegs zu Ende Ah, schön Leider geil Ich würde eigentlich auch bei den Plädoyen, wenn ich erhält bin Just kill the base please Ja, wir wollen einfach nichts zu ändern Irgendwie Ich glaube schon hier, um zu hören Zwei, die kommen, wo kommt es zu nennen Ja, so sehr, in den Chat stehen, wenn sie nicht zu ändern würden Also wenn die Ich habe keine Ahnung, was wir machen Ich gehe mal bot ein bisschen entpuchen Ja, ich stehe jetzt hier, mach basic attacks on the minions Ich stehe hier und mach basic attacks auf den Hacker Nee, Lux, den Snackste mir nicht weg Ich mache halt während ich deren Base mache noch Kills Ja Ich werde aber auch auf dem Endbildschirm da sein Beeil dich mal Ich bin ja schon auf dem Weg Ich nehme einfach mal den Top Lane Die Top Lane als Weg Wait for me I'm waiting Boah, der Hacker ist so fucking fast Ist ja der Wahnsinn Ist es ein Hacker, du? Trotzdem, ist der schnell Der hat bestimmt gehackt Ja What? You will stay here In nice! Oh! Nein, ich wollte ihn erst zählen GG, WP Ah, schön Okay 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 Schön Also das war ranked, ja? Das war ranked, ja Weil wir wirklich keine schwierigen Gegner abbekommen diesmal 16-0 Wow Ich hoffe, dieses Match bringt auch wenigstens für mich mal ein bisschen mehr Elo als die letzten Schön Ja Gibt es dazu irgendwas zu sagen? Da fehlen mir so ein bisschen die Worte Ah, schön Ja, okay Dann würde ich sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal auch gerne bei anderen Projekten Wenn euch das dir gefallen hat Mhm G-G-Easy Ganz ehrlich Das war G-G-Easy Kann man nix anders sagen Ähm, ja Wie gesagt Beim nächsten Mal auch gerne bei anderen Projekten Ich war euer Separaton Mit dabei war dieses Mal The Nightmare 77 Als Graves Genau Bis denn Und Ciao mit V Ciao